Dies ist die Geschichte von Kekshausen. Eines Tages gingen Orejo und Leibniz Richtung Milchbank. Da ist so viel Milch, dass sie fünf Wochen lang Milch trinken können. Irgendwann haben sie mal einen Keks gefunden. Und dann hatten sie eine Idee. Sie überfielen die Milchbank. Jetzt starten sie auch. Und dann kamen sie in die Kekspolizei. Und dann waren sie im Gefängnis. Und wie sie wieder rauskamen, holten sie sich gleich ein Glas Milch und trunken es. End.